Musik Also wir starten eine Aktion über Sinti und Roma. Hier haben wir uns immer versammelt. Wir haben hier unser Roma-Fest gefeiert, Jujibdan. Und eines Tages haben die uns hier verjagt. Musik Da sind Leute gekommen, weil denen war das halt zu nervig. Und dann sind sie zum Start gegangen und haben dann gesagt, ja, dieses Fest muss abgeschafft werden. Musik Und die Spezies hier sind halt die Kinder in den Kartons versteckt, die sich anschleichen, um ihren Platz zurückzuerobern. Also viele Leute gucken, die fragen sich natürlich, was machen die jetzt hier. Aber wir versuchen, jedem zu erklären, so gut zu erklären, was wir hier machen. Und dass sie sich halt eben freuen darüber, dass wir überhaupt so was machen. Musik Musik Musik